Hallo, bin ich eigentlich Usually am Start? Ja, du bist alle wieder am Start. Hallo, bin ich in den nächsten Jahren? Ja, Aiden, also bitte grüßen Sie. Ja, Aiden, bitte begrüßen Sie. Olli, bist du wieder am Start? Ja, und zwar, wir werden heute mal zu einer Bank fahren, zu einer Bank. So, nein, ich, ich markiere dich. So, hast du die Bank massiert, Oli? Wie fahr ich jetzt? Auch richtig schnell mit deinen Sportwagen, oh oh. Oh, 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 oh. So, äh. Oli, ist es eine Bank oder eine Lade? Okay, nein, dann gehen wir nicht in eine Bank, dann gehen wir in eine Lade. Zwar hier, die Befallung ist, komm. Oh, 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 oh. Ey, komm raus! Nein, nichts kaufen. Komm raus! Hop, nimm du das Geld! Ich, ich warte beim Fluchtwagen. Nimm das Geld von ihm. Ey, das Geld ist zu lange. Du, hast du das Geld? Ja! Komm jetzt, schnell! Ich war jetzt weg. Du, Ole, ich war jetzt gerade auch in meinem Haus. Oder? Edi, da! Schon wieder! Okay, ich war jetzt hier. Da, mein Ziel. Okay, ja, wir fahren jetzt. Du, mein Ziel. Und Lass in Club. Ja, ich bin hier. Du, mein Ziel. Ich bin hier. Du, mein Ziel. Du, mein Ziel. Und Lass in Club. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay, hopp hopp hopp. Weißt du, wie ausrollen? Ah, ja, du hast es. Komm schnell. Wir hauen auf. Schatz Polizei! Das ist ihm fast so! Das ist ihm fast so! Bist du am Leben noch? Ja ich bin noch am Leben. Ah gut. Okay ähm soll ich dich mit deinem K... Okay, ich komme dich abholen oder auch nicht, weil du bist direkt vor mir, ja. Komm, jetzt klein wir uns ein Boot. Okay, ja, okay, ja. Olive darf fortfahren, lernen. Zu einem ganz großen Boot, okay, zu einem Segelschiff. Segelboot, besser gesagt. So, und heute werde ich auch noch mit Olive Call of Duty Black Ops 3 aufnehmen. Oder, Olive? Yay! Okay, Black Ops, ich nehme dich das Motorrad, ist gut. Wir nehmen das Motorrad. Gut. Ey! Warte, aber ich kann dich abholen mit dem Motorrad, gut? Weil es so schnell geht und das Motorrad cool ist. Komm, ich bin hier. Komm, Olive. Komm rein. Gut. Wo? Zeig. Ah, ja. Ey, Leute, hier ist Travers Haus. Ey, komm hier. Olive, ich schieße dich sonst ab. Hörst du das? Ich habe ihn gekillt. Nööööö. Ey, komm jetzt drauf, sonst klauen wir uns kein Boot. So. Okay. Wir klauen uns ein Boot. Es war stopp. Ja, Olive, der Fahrn. Weil es Olive sein Server ist, warte, die Boote sind noch nicht hier, ich fahre uns genau zu einem Boot, oder auch nicht, wenn wir uns noch ein Boot suchen, hier gibt es jetzt einfach so ein Jet, nein und den Jet fahre ich noch, ist gut, den Jet fahre ich, oder fährst du ihn? Nein, ist gut, wenn ich den Jet fahre und du das Boot, komm, steig aus, dann hast du das Boot, ja, so cool, warte, ich suche ein Boot, und ja, hier sind schon sehr viele Boote, aber wir nehmen das hier, das geilste! Ey, geil, Mann, Olive und Artko sind zusammen! Ey, ey, warte schnell! Boah, ey, warte noch nicht, ich weiß nicht, ob ich kann einsteigen. Ja, so, jetzt los! Ey, hast du sie jetzt endlich? Komm, fahr dort, fahr zum Strand! Weißt du was? Ich schieße auf dem, ich schieße auf dem Boot! Man kann! Ey, Olive, man kann auf dem Boot schießen! Scheiße, wir werden, glaube ich, abgeschossen! Es macht bei mir auf jeden Fall so bum, 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 bum! Okay, komm, jetzt hier nach drüben, nicht geradeaus, weil dort gibt es mega geile Chats, die ich dir will zeigen! Ja, so, schon geradeaus! Ein bisschen nach drüben, weil sonst gehen wir an den Strand und das wollen wir nicht! So, da sind ein paar Chats! Warte! Hier sind sehr viele Chats! Sollen wir einen von denen, Sollen wir die nehmen? Nur ich nehme den gelben! Aber ich will den! Ich habe ihn! Haha! Tschüss! Ey, willst du ihn? Darf ich den schwarzen? Nein, ich will den schwarzen und du darfst den gelben! Ey! Aber warte, ich kille noch schnell die zwei! Okay, komm! Tauschen wir! Komm, nimm ihn! Ich kille dich! Doch! Nö, komm jetzt! So meine Freunde, wir fahren jetzt hier nach Boot! Und ja, das war der zweite Teil! Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt noch dein dritter Teil! Vielleicht! Aber es kommt noch Call of Duty sicher! Wir verabschieden uns jetzt! Tschau! Und tschau!